meine sehr geehrten damen und herren lkv mobile die auswahl für details aktionen und beobachtungen wählen sie die gewünschte aktion aus unter sonstiges finden sie weitere aktionen sowie die notizen hier können sie nun in der brunzbeobachtung erfassen deutliche brunz schwache brunz abbluten oder keine brunz ändern sie das datum und es kann auch eine bemerkung hinzugefügt werden belegung hier können sie nun in die belegung als beobachtung erfassen trächtigkeitsuntersuchung hier kann das trächtigkeitsergebnis und eine bemerkung zum tier hinzugefügt werden trocken hier können sie in trockenstelldatum erfasst sonstiges wie können sie sonstige beobachtungen aktionen sowie notizen zu dem gewählten tier speichern zum beispiel schalmtest schalmtest positiv schwach positiv mittelgradig positiv stark positiv oder negativ stadt sind alle befunde hinterlegt doppelsohle zum beispiel wir die bemerkung rechts vorne Speichern und mit heute ist unter Tierdetails die Klaumpflege Doppelsohle rechts vorne gespeichert. Durch Klick auf den Papierkorb kann die Erfassung wieder gelöscht werden. Termine erfassen. Hier können Sie einen Termin zu dem gewählten Tier erstellen. Dieser ist dann unter Tierdetails und in der Tagesliste sichtbar.